Hallo! Ciao! Toll! Wenn ich mich mit der Steuerung hier absolut ins Klarkomme mit dem Menü... Okay, ich warte bis er startet, ne? Achso, war gut. Äh... Seid ihr drin? Annehmen! Ja! Wie viele sind da? Ja, 24! So, ich muss irgendwas spielen, was sau... ...easy ist. Ich hab einfach das beste Profilbild! Ich hab das beste Profilbild! Wo bist du überhaupt? Ich hab dich grad nicht gesehen bei den ganzen Leuten... Kalari! Was auf ne Lane oder so? Wir beide? Ja, klar! Okay, mein bouncy Ass rettet dich wie immer! Ja, Mann! Alter, ich... Junge, du führst... Da gibt's tausend Leute, die immer rum eiern, Alter! Da gibt's keine richtigen Lane für dich alleine! Geh, jungle! Easy! Ich nehm sowas für den Specter! Du musst dich beeilen, weil du nehm viele! So 13 Kommentare! Ah, scheiße! Dann ball ich dein Handy in Feuer! Wenn ich hier nicht kriege, dann kriegt's noch keiner! Mein Erzern hat was geschrieben! Der Angelo! Der Nick... ...Nickelangelo? Ne, N zu die Angelo! Ich weiß nicht mal, ob das der das war! Wo's Baum? Mach da! So Baumtree! Das Junge... Ey! Bist du unter mir! Was soll das? Hä? Du bist unter mir? WTF? Ey! Nein! Was soll ich denn jetzt spielen? Was super anfängerfreundlich ist! Joggernaut! Specter! Ja! Er hat sein Specter bekommen! Ey! Kann ich was auswählen? Jetzt musst du doch irgendwie was besseres geben, okay? Kann ich das auswählen oder bann ich? Ey, ich kenn die alle nur von Autochess, Mann! Ich weiß nicht, was die können! Leroy wird drunter gehen! Warte, bann ich jetzt oder die wähle ich aus? Du wählst jetzt aus! Ah! Du! Okay, ich muss gucken, wen es nehmen! Halt es, den kann... den kann man doch mal verkaufen! Wenn du glaub ich noch mal draufklickst! Ne, geht nicht! Okay, ja dann hast du gelitten! Äh, äh... Wieso? Wir werden so gewinnen! Oh nein, wie wähl ich doch was aus, was? Ich möchte gern was... ich will was kaufen! Ich hab den Film vom Guide gekauft, ist mir egal! Ah! Das wird Spaß machen! Ich will... Kann ich irgendwas kaufen? Äh, jetzt kannst du was kaufen! Ja! Mit Rechtsklick aber! Hast du Patchview und Perks, Alter! Voll die... voll die Chaosgruppe, Alter! Er slackt am Anfang so'n bisschen! Ah! Ich dachte schon, dass ich da mir... Ha! Ich bin Profi! So, die... jetzt geht's los! Du bist Profi im PC zerschießen, Alter! Hey, ich geh schon, ihr nicht! Was ist los? Oh, ist mir egal! Bewegungsverlangsamung geht... Fünf Sekunden, dann nehme ich dir das an! Äh, Leroy? Wer bist du nochmal? Ach, da bist du! Wo gehen wir hin? Also, wo willst du, Leroy? Ja, was macht ihr da alle in der Mitte? Was macht ihr? Tschöön! Was macht ihr? Schau mich! Ich geh schon fast! Ok, Leroy! Junge, wer ich hab wohren zum... Pickt hier rum! Ist das eine von euch? Ich will den Laden wieder zumachen! Ha! Nochmal F4! Nochmal F4! Ah! Was? F4? Oh, lol! Das ist ja super! Das ist ja super ätzend! Ja, F4, Mann! Wer legt die Scheiß denn auf F4? Oh mein Gott ey Kannst du auch umändern Das ist Litch dieser Wichser Ja doch, Litch ist das Alter kann ich diesen Wichser bannen Alter oder sowas Oder die Stimmung schalten Oh mein Gott Die sind ja auch einfach Ja pass auf, die kommen jetzt gleich da runter Warum seid denn alle da? Warum bist du unten? Ich bin oben Also du bist Race King oder was? Ja, ich bin Race King Ah gut Der ist nie der Lichtkönig Ich bin das Lichtkönig? Nein, ich bin Batman Oh was soll ich denn noch was spielen? Ich bin Batman Das ist ja voll der Shit Also wenn das Game echt so ist wie ich denke Das ist dann wundert es mich nicht Dass es gegen LOL abschmiert Hä, warum? Weil es voll kompliziert ist, man Na quatsch, unnöt kompliziert Jetzt muss ich jedes Mal gucken Sobald einer getötet ist, ob das wie ein Baum ist oder sowas Nein Oh mein Gott Ihr macht nen dicken Cast Ja, wir gewinnen das Ich töte euch Oh scheiße Du wirst brennen Scheiße, hätte ich mal den anderen Shit geskillt, dann wäre der jetzt tot Chaotic Habt ihr Ding als Gegner? Habt ihr Putscht als Gegner? Ne Ne, wir haben hier vier Gegner und Oh Gott Oh die vier Hilfe Ich sterbe Dann auch Ist erledigt Fuck Nein, nein, nicht den Dein Arsch gehört mir Gott, das hat viel mit sich geleckt, Alter Hat natürlich viel mit sich geleckt, Mann Ich muss mich halten Aua Ich bin geil Warum sind sie wie oben eigentlich nur zu zweit gegen vier? Wer hat sich das ausgedacht? Wer ist, wer zu viert? Unten sind hier Oh ne, mittlerweile unten zu dritt gegen vier Ja, vor allem Ja, weil einige von uns im Jungle sind zwei zumindest Give your clear damage buffs, please Aua, ich hasse meine Maul Also ich finde, ich mach genug Schaden Da bist du nochmal Alter Oh, ich blute so hart Invisibility Ich hab Schuhe, verpiss euch Oh, er ist Shaker, ist unsichtbar, aber leider kein Mana Boah, wer bist du denn nochmal, Buraki? Jakiro Ich will nicht mehr Hast du deine Freundin getroffen, oder was? Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Was machen die da? Aaaaaaah, ich wohne ihn zu töten Ja geil, jemand ist wieder beigetreten Ja, der zum Fick jetzt Mars Oh, der zum Fick jetzt Mars Keine Ahnung So ne... Dude Niiiih, okay Oh, Baum ist tot! Oh, Baum ist tot! Baum ist tot, Baum ist tot! Der Baum ist tot! Oha, er war der Zweinsel gestorben, ist easy! Gott, ich werde das sprechen nie wieder. Ich hab keine Ahnung, was er gerade sagen wollte. Ich hab's... Scheidt es einfach raus. Bye! Wer hat's denn hier im Nuklearmissil? Boah, ich... Richtig. Ihr seid da oben... Ja. Dein Ars gehört mir! Junge, Alter! Ich hab ihn! Glaub ich. Glaub ich! Wenn er sich nicht mehr bewegt, dann ist er tot. Er ist tot, aber... Ich bin wieder tot! Boah, Baum, was kannst du überhaupt? Verrecken kann er! Er hat mich reingezogen! Ah, ich blute! Stark! Schnell einen Baum essen! So? Oh! Ah, das ist eure, ja, hat er... Das Ding ist voll nützlich! Hab ich das nicht hergekauft? Loll! Oh! Patsche sie da bitte! Patsch, motherfucker! Was los? Patsch, motherfucker! Ja, ich gute... Warte... Nein! Sira, ich war schön mit dir! Wir werden so dein! Was macht ihr da oben? Verpiss dich! Mach dich ab, Junge! Ja, ihr seid beide, glaube ich, gerade, wenn ich das richtig gesehen habe. Kalari, bist du, Spectree! Ja, leider! Bitte mal! Bitte bleibt nicht mehr stehen, wenn mich der blöde Bär... Bär jagt! Du hast mich voll in den Shit blockiert! Ja, du hast mich voll blockiert, weil ich bin einfach ins Gras gebissen! Sorry, Mann! Ja, ist okay! Nein! Oh, wer ist allein? Lass mich hier durch! Lass mich hier durch! Patsch! Dein Arsch gehört mir! Oh, ich sage mich schiss, der Dings hat mich gekillt, mit seiner Scheiß! Ich bin mir absolut nicht sicher, wie... Oh Mann, ich sollte vielleicht mal ein bisschen Tränke oder sowas kaufen! Ja, das ist irgendwie Fokus! Ah, aber scheiße! Ich war auch der Einzige, der irgendwie Wards kauft, ne? Kann hier Wards kaufen? Kann hier Wards kaufen? Muss man kaufen? Ja! Kann hier Wards kaufen? Ja! Oh, jetzt sind alle noch Anfänger! Ja... Jetzt zerruppt den volles Boden! Hä? Ich bin nicht da für die Party! Oh, oh! Ich hab ne Mana, Jungen! Was bist du denn? Ich bin nicht in Operation! Die Abgehauen ist! Du! Er ist tot! Kriegt ihr den auch geslaut? Ja! Ich mach auch nochmal drauf! Ja! 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 Ich bin nicht in mir! Au! Vielleicht kommt mir so schlecht vor! Er zerstört diese... Genau! Der hat den ganzen Volt gezogen! Brennen! Jetzt wirst du brennen! Tut er auch! Ich hab keine Wache! Zwei Sekunden! Ich bin nicht un... Ich bin nicht unversiegbar! Zumindest einmal! Kann ich denn? Da... Kann ich auch nochmal! Ja! Ja! Ja, den hab ich bekommen! Boah! Guck mal wie er sich freut! Ich hab keine Wache! Nice! Für die Mango krieg ich Mana wieder! Wenn du die isst, ja! Wenn du die mommsen willst! Und wenn du sie in dein Gepäck hast, kriegst du Lebensregeneration! So! Du kannst immer zuerst stunnen, Leeroy, wenn du willst! Dann kann ich nochmal hinterherstunnen später! Ja, nice! Sie macht recht! Mir müsstest du sagen, was ich... Wenn ich irgendwas... Weil dein Stun ist zielsicherer als meiner! Ja, das kann ich mal nicht... Ich pre-stun sie dir und dann kannst du reinholzen! Da kommt einer! Da kommt einer von hinten! Da kommt einer von hinten! Wirklich? Dann bist du jetzt gleich tot! Er geht durch! Stunlock! Das war voll Selbstmordkommando, was er gemacht hat! Ja, ich hab gegenrecht! Warum ist der komische eher? Ja, vor allem! Ganzes Stunnen! Der Outfall, der tut voll weh! Desto häufiger er dich trifft... Der hat so einen Buff auf dich gelegt! Siehst du oben! Ist das nicht eher ein Debuff? Ne, ne! Desto häufiger er dich in einer Reihenfolge trifft... Über 100! Ich würde sagen, über 100 Schaden von dem Ding! Ach du Kacke! Okay, okay! Oh, er saugt dir gerade Energie ab! Der hat gerade richtig Hunger! Der hat gerade richtig Hunger! Richtig ab, Junge! Und Diro wird nochmal hin und taggeboilst irgendwie! Boink! Kann er die verpissen von mir oder so? Oh fuck! Mann! Nein! Geh weg! Verpiss dich! Geh weg! Verpiss dich, Ursa! Stun ihn! Ich stun ihn dir mal! Es ist zu langsam! Er kommt nicht an mich ran! Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ich geh doch mal, um mich zu retten! Ohhhh! Hier ist schon wieder so ein scheiß Wort von Puckner! Was macht die eigentlich? Jedes Mal, wenn du einen Zauber wirkst, kriegst du einen Blitz in die Fresse! Der tut weh und zieht dir Mana ab! Oh, ich hasse meine Maus! Oh, ich hatte nicht genug Mana, um meinen Ult zu ziehen, deswegen bin ich tot! Alles klar, Mann! Die Baum ist gerade wieder krepiert! Oh ne, da sind ganz viele Leute rum! Ich kauf mir den lustigen Stock! Ach, wie! Äh, ich brauche noch rum, äh... Au! Warum geht der richtig die Party? Der ist tot! Oh, Science! Oh, 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 oh! Scheiße! Die sind alle tot! Wie ist das Level bin ich eigentlich? Wo ist das Level 5? Wo ist das Level 5? Alter, um den Shit drauf! Wo unten, ganz unten, links in der Ecke hast du den gefunden? Äh... Ja, ich muss denen auch erklären, wo da... Wo da... Schnelltaste für den Kurier ist! Ach stimmt, man kann ja die Artikel sich irgendwie liefern lassen oder so... Ja, hier ist das möglich! Was macht ihr denn für eine Scheiße?! Ich hab meinen Ult gezogen! Hoffen wir einfach, dass das gleichzusetzen ist! Wenn nicht, dann ist das sowieso ein Ult! Ich komm hier nicht durch! Mein Ult wird weg abgesperrt! Solari, nein! Au! Das bin ich! Hey, ich bin doch gar nicht hart hier! Wie hart ich grad auf die... Wie hart ich grad auf die Fresse krieg! Boah, der geht mir so ein bisschen hart auf die Nüsse, Alter! Mit seinem Scheiß! Irgendwo ist schon wieder so eine Fuck-Puckner-Wort! Da oben links! Ja, nee, jetzt kannst du knicken! Wir haben keinen Healer, ne? Äh, nee! Fällt mir grad auf die Schnelle nicht ein! Ich könnte mir aber natürlich irgendwann mal Dings kaufen! Mechernismen und so weiter! Ich steh'n denn dafür! Au! Ich glaube, ich komm hier direkt hart auf... Hart auf sowas! Nee! Ah, das ist Venomance! Oh! Ah, Köcke! Danke! Oh, Alter! Ich hab keinen Miner, verdammt! Doch, jetzt schon! Fuck! Au! Ja! Ja! Ja, Baum ist tot! Was, Baum ist tot?! Ja, schon wieder! Unten sind voll viele Gegner, Mann! Dann macht er... Scheiß drauf! Seh' ich denn, wie viele Tode ich habe? Das sieh's, das sieh's am Ende! Oh, Alter! Kannst du um links KTA gucken! Das wir keinen Support haben, ist irgendwie scheiße! Da! Letzt Tode wahrscheinlich! Ich weiß es nicht! Das Disco-Ding ist davor und... Das... Das von einer Grafikkarte! Alles klar! Versuch mal, Dangle mitzumachen! Ruhig! Was ist denn da? Nein! Hi! Hi! Wer tötet ihn da? Ah, da geh ich nicht hin! Nee, 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 nee! Ich geh da sowas von hin! Oh, Mann! Joi! Joi, wo bist du? Au! Okay, ich komm mit! Was? Oh, ich glaub ich... Ich glaub ich bin RIP! Jupp! Oh, Alter! Scheiß Fluch! Boah, ich... Ich beiß so ins Gras! Wo seid ihr gerade? Bin ich sicher wo ich bin, aber... Jetzt bin ich da reingelaufen! Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut! Ich bin so tot! Au! Okay... Spielt sich total KTA! Spielt sich total KTA! Ja, intuitiv! Okay... Boah, ich kassiere hier nur einen! Team Wipe! Voll gar nicht nice! Was? Neun, Jesus! Danach! Das gehört mir! Kacke! Au! Au! Ich hab ihn! Ja, ist klar, Alter! Alter! Boah! 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 Oh, Junge! Amel's ein verfickter Ulti, Alter! Ich werd inzin gebrochen! Meinst du, Vendor Manter? Nee, von Anshilberischen sein. Scheiß da. Also. Warum sind hier immer so Feuerwerksdinger? Das haben wir noch nie gesehen. Der eine hat das als Skill. Ah, der Skyros, ja. Was hat der denn da, Agamiz? Egal, ich hab mein erstes Core-Item zusammen. Ruhuup. Ciao, Tata. Die hängen alle da oben, ne? Das wisst ihr. Also. Da. Einer von denen ist drüchten. Das war sie da unten. Ich würde gerne den aber in Award platzieren, aber ich trau mich da jetzt gar nicht hoch, du. Spielt ihr ranked oder nochmal? Custom Game, Custom Game geht nicht. Ranked. Ah, okay. Was ist Ranked? Ja, Rank, Junge. Aufsteigen. Junge. Mit dieser Hand? Prestige. Er ist dort. Ich hab da so eine Tracht irgendwie auf einen draufgeknüppelt. Klar, hast du hier auch vor hart. Patch ist hier, ne? Patch, 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 Patch. Oh, jetzt wirst du brennen. Glaub ich. Okay, wenn wir intim auf vereinzelt draufgehen, dann schaffen wir das. Ach was? Was du dich sagst? Zieh ab, Baum. Geh weg. Hohohohohohoho. Weißt du, nur. Lass ihn töten. Lass ihn töten. Er ist allein. Das war irgendwie schmerzhaft, Aua. War dein Ulti nicht bereit? Nee. Da hab ich richtig viel Schaden geflissen. Ich krieg die Radiance einfach nicht mehr zusammen ey. Flop. Hast du einen Kill gemacht? Ja. Gute Arbeitbomb. Ja, sogar mehr Kitz als ich! Was? Nee. Auf hin rauf, auf hin rauf, nein! Moment, ich warte noch auf 10 Gold. Ja, jetzt müssen wir noch snacken, Kitzel! Nein! Wir werden unten angegriffen, das ist gar nicht mal so gut. Ach, hi Baum, wie geht's dir? Oh, Aids! Wir geführt! Ich sterbe! Nein! Nein, ich hab... F***, F***, F***! Ich komme nicht durch, verdammt! Ah, er hat Dings gehabt, der F***er hab ich gar nicht gesehen. Immortality hat er. Ja, hat er ja, jetzt nicht mehr. F***, ich wollte mir vielleicht auch ein bisschen helfen, wär echt schön. Ja, ich hab auch einen Kill. Ey, wir waren gerade unten. Der oben. Zum Problem ist, ich kann alleine da nicht so viel machen, ne? Jetzt bist du geslowed, jetzt sowieso nicht mehr. Nein! 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 Raiden, lass mich in Ruhe! Hoi! Ah, Hilfe! Da ist dein Scheiß! Auch wenn der Mette hat mich gekillt mit deinem Gift. Ich stehe in diesen dummen Warts von ihm drin. Die haben der Wart hier bei uns drinne. Die sehen wir, die sehen uns. Ich habe vergessen meinen Stab zu ziehen. Das hörte sich komisch an. Kann man einen Warts kaufen? Du musst in den Shop gehen und dann ganz links und dann das fünfte von oben. Aber du willst Carry, also mach das nicht. Ja. Oh man, ich muss 20 Sekunden gucken. Nein, nein, nein! Hier sehen wir live, wie gerade Baum massakriert wird. Und plopp. Da lag er. Der lässt seine Regelblutung noch. Ich war gerade eben am Leben. Die Spiele geht schnell vorbei, so. Die... Diese fünf Sekunden waren echt toll. Ah, scheiße! WTF? Das Item ist für Patrons ordentlich, uff. Ah! Glimmer Cave. Keine Ahnung, was das macht. Ah! Ich sterbe mir voll schnell weg. So, Normale. Erstmal holen Sie! Oh! Oh Gott! Nein! Ja, Moraki, du schaffst das! Ja, so ein bisschen. Au! Erstmal geh ich mal auf Uplinkzeit, ein Schritt auf Bewegungstempo, weil ich sowieso nicht mehr kann. Ach, scheiße! Er ist doch mal tot. Okay, Leroy, das war ziemlich bad. Was? Ich bin tot! Ich bin das nicht! Ich bin tot! Ich weiß! Deswegen ja, das war ziemlich spät von dir. Das war ziemlich Pan von dir. Sei stehen! Wie landet ihr so viel? Es waren leider nur zwei von denen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. immer scheiße, mein bueno Ohh я.. aber es ist nicht so hart! Ich bin tot! Au, 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 Alter, diese Wards, ne? Du musst Sachen angucken, ja? Wieso kann der so krass Spam eigentlich? Ja, weil er seinen Toilettenbau wahrscheinlich geskillt hat dafür. Achso. Oh nein, wieso nicht schon wieder? Lass mich doch! Ich helf dir! Oh mein Gott, der ist nicht so richtig drin! Mein Ball ist erst, rettet dich! Okay, du lieb mich selbst retten. Okay. 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 Unseres Game, irgendwie besser in Erinnerung. Könnte auch an der 12er Surf-Besion liegen. Geil, normalerweise ist noch nicht so viel Action drin. Ojejejeje. Wir hätten doch Autoshares spielen sollen. Ich find's lustig. Oh, 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 oh. Oh Gott, Gott, Gott hat mir einfach gegessen. Oh Gott, mein Gesicht. Okay, ich geh rein und sterb instant. Das ist irgendwie nicht so geil. Das ist halt das Problem mit den Nahkämpfern bist halt. Ja. Ach, das hat's ja wirklich stehen. Die Typen sind doch auch Nahkämpfer. Da haben wir nämlich schon alle voll, das Equipment. Stehen wir so. Kann sein, dass ich Geld verliere, wenn ich sterbe? Ja. Bisschen, ja. Ach du Scheiße. Kann nur ein bisschen. Wie oft bist du gestorben, Leroy? Äh, jetzt inzwischen schon 12 Mal. Am Anfang sah das gut aus. Das sehe ich mehr. Ich auch, Leroy! Nein! Aber achten, wo sind wir dann tot in den letzten 5 Minuten? Savon, 13 Mal. Sicher kein schlechtes Spiel, aber... Leroy, wie oft bist du gestorben? 12 Mal. Seht ihr mich noch mit? Ich meine, wie viele kills hast du? Au. Drei. Ha! Nicht getroffen. Eine coole Idee. Warte mal. Wie viele kills hat er? Hab ihn bekommen. Ja, das war's. Dicks tot. Ich hab jetzt... Hey, easy win und so. Wie, hier. So, boah, wo bist du? Was? Ich hab mehr von... Ich hab bessere Kartei als Baum! Was? Nein! Glaub ich nicht. 4, 2, 15. Du hast 3, 13, 7. Ey, wie ist alles zusammen, außer... Ja, komm, ich hab auch... Die ganze... Ja, ich war die ganze... Ja, was denn, Baum? Was denn? Ihr wart da oben ein Teamfight, weißt du, so... Abgesprochen und nicht mal ein Team-Header. Abgesprochen! Ja, was? Da ist jemand los, nicht betont! Was? Scheiß-Dreck abgesprochen! Ich hab immer nur reingerannt! Aber ihr hättet euch ansprechen können! Ich halt auch nicht! Die Spieler, die uns verhaltet! Fick wirts! Naja... Mach es einfach weg, das kommt manchmal. Du darfst erst... Du darfst erst mal patchen. Na, ich spiel einfach weiter! Wär's denn da rausgegangen? Nein, würd ich nicht, Marc. Es gibt tatsächlich nen Update. Äh... Wär's denn? Rausgegangen, ja, weil's nen Update gibt. Ja... Oh, Alter, ist es so schlecht bei Dota! Wirklich, jede 10 Sekunden diese Scheiß-Updates! Ja... Jetzt muss die Aufnahme abbrechen! Für diese Kacke, geil! Okay, ich verabschiede mich von diesem Spiel... Von dieser super epischen Runde! Das ist Chaos pur!